Was geht ab Leute? Sale ist wieder da und zwar mit einem neuen Video mit dem Titel Die Kopfgelder der Samurai. Da ja momentan gefühlt alle One Piece YouTuber ein Video dazu raussahen habe auch ich mir gedacht komm dann darf ich nicht als einzigster fehlen. Ich werde aber nicht nur die Samurai mit einbeziehen die zuletzt noch die aktivsten waren sondern auch eben die Samurai der Meere die schon früher in der Story ausgeschieden sind. Um bemessen zu können welches Kopfgeld die Samurai der Meere haben könnten in Zukunft müssen wir uns überlegen wie in der One Piece Welt die Kopfgelder denn eigentlich aufgebaut sind. Zuallererst geht man einfach mal davon aus ja es geht rein um die Stärke dies ist aber doch eher ein Trugschluss denn auch ein schwacher Charakter kann ein sehr hohes Kopfgeld haben wenn er einfach eine sehr große Gefahr für die Weltregierung ist. Dies kann sein weil er einfach irgendwelches internes Wissen zum Beispiel hat was eine Gefahr für die Weltregierung darstellt oder einfach eine riesengroße Bande was dann auch wiederum eine Gefahr für die Weltregierung ist. Deswegen werden wir dabei nicht nur die Stärke mit einbeziehen sondern auch das Gefahrenpotenzial des jeweiligen Charakters. Fangen wir direkt mal bei Sir Crocodile an. Rein von der Kampfstärke gesehen ist Sir Crocodile auf jeden Fall kein schwacher Charakter aber es ist noch sehr viel Luft nach oben in die Ränge eines Yonkos zum Beispiel. Trotzdem stellt er für die Weltregierung eine relativ große Gefahr dar. Denn immerhin war er eben nun mal einer der sieben Samurai der Meere hat vielleicht einiges internes Wissen was nicht jeder normale Pirat besitzt und er hat es ja auch schon geschafft über lange Jahre hinweg die Weltregierung sozusagen zu manipulieren bzw. einfach hinters Licht zu führen. Denn immerhin war er der Kopf der Barockfirma und die Weltregierung wusste dies einfach ewige Zeit nicht. Sir Crocodile selber sagte mal hätte die Weltregierung gewusst dass er der Kopf der Barockfirma wäre wäre sein Kopfgeld direkt aufs Doppelte gestiegen also in dem Fall 162 Millionen. Mittlerweile ist er einfach sehr sehr stark und er hatte ja auch eine Beteiligung am Marineford Krieg. Diesbezüglich denke ich dass er also ein Kopfgeld von ca. 380 Millionen Barry durchaus verdient hat. Somit ist er schon einer von der ja gewissen Upper Class aber es ist doch noch viel 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 Potenzial für später nach oben hinweg. Dann kommen wir mal zu Trafalgar D Water Law. Trafalgar Law hatte ja ein Kopfgeld von 500 Millionen Barry zuletzt und war eben auch einer der Samurai der Meere hat diesbezüglich eben auch ein bisschen internes Wissen. Was seine Kampfkraft angeht muss man einfach sagen er hat die sogenannte ultimative Teufelsfrucht. Alleine diesbezüglich schon sollte sein Kopfgeld relativ gut in die Höhe schnellen können. Denn je länger er Kampferfahrung sammelt desto stärker wird er eben mit dieser Frucht. Zudem kommt einfach noch der Fakt dazu dass es mittlerweile allgemein hin einfach bekannt ist dass er eben auch zum D-Klang gehört. Alleine dieser Fakt schon lässt sein Kopfgeld wieder ein wenig steigern. Wir müssen aber immer noch in Betracht ziehen dass Ruffy immer noch der Hauptcharakter ist deswegen denke ich mal dass so ein Nebencharakter wie Trafalgar Law der so eher mehr so dieser Kompagnon von Ruffy irgendwie ist nicht direkt einfach mal mehr Kopfgeld besitzen wird als Ruffy. Deswegen schätze ich Trafalgar Law auf ein Kopfgeld von ca. 800 Millionen Barry ein und dieses ist eigentlich schon relativ klein bemessen. Es könnte möglicherweise sogar bis zu einer Milliarde steigen. Denn wir dürfen auch nicht außer Acht lassen dass Trafalgar Law einfach ein brutalst intelligenter Charakter ist. Also ich denke mal dass Trafalgar Law in der Intelligenz sogar einem Ben Backman Konkurrenz machen kann der ja anscheinend einer der klügsten Charaktere in One Piece sein soll. Deswegen denke ich 800 Millionen ist so dieses kleine Spektrum wenn man nicht zu weit einfach mal nach oben greifen will. Das kann aber durchaus gut auch bis zu einer Milliarde steigen vor allem für den Fall dass in Wano Kuni noch einige Vorkommnisse mit Law passieren oder er wirklich eine große Beteiligung daran hat dass Kaido und Big Mom vielleicht gestürzt werden. Als nächstes hätten wir dann noch Gekko Moria. Gekko Moria hat eigentlich aktuell ein Kopfgeld von 0 Berry denn eigentlich wurde er ja für tot erklärt. Diesbezüglich dürfte die Marine ihn ja gar nicht mehr suchen und keine neuen Steckbriefe mehr rausbringen also somit hätte er 0 Kopfgeld. Aber wir wissen ja jetzt nicht was auf Beehive Island passiert ob sich Gekko Moria wirklich Blackbeard vielleicht anschließt und falls ja dann sollte sein Kopfgeld auch ansteigen. Und hierbei habe ich mir mal gedacht wieso sollten wir dann nicht ein Kopfgeld von 444 Millionen Berry nehmen. Wie ich auf diese komische strange Zahl komme? Wir sehen ja momentan immer mehr dass Oda keine glatten Zahlen benutzt sondern irgendwelche Zahlenkombinationen weil aus diesen Zahlen dann irgendwelche Wörter zum Beispiel entstehen oder irgendwelche Bedeutungen dahinter einfach sind. Und so sich das Kopfgeld dann letzten Endes aufbaut. 444 habe ich mir einfach dahingehend gedacht weil die 4 im Japanischen sozusagen tot bedeutet. Das heißt viele Firmen oder Personen vermeiden möglichst die Zahl 4 zum Beispiel in der Telefonnummer oder sowas einer Hotline weil eben diese Zahl in Bezug auf den Tod steht. Deswegen wäre 444 der Tod 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 und das würde doch irgendwie zum Herrscher über alle Zombies ja passen oder nicht? Gekko Moria selber ist von der Kampfkraft her ja Mittelklasse würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen stellt er nicht so eine Gefahr dar. Deswegen dürfte das Kopfgeld auch nicht so extrem hoch steigen. Die Intelligenz ist zwar ein wenig da aber er ist halt doch mit den Jahren wie man sieht einfach etwas faul geworden. Dann hätten wir dann auch Jinbei für den Fall dass er überhaupt noch lebt. Das wissen wir ja bis dato nicht. Sein Kopfgeld wurde ja erst erhöht. Sollte er aber möglicherweise aus dem Whole Cake Island wieder zurück nach Wano Kuni kommen und dort eben auch am Kampf gegen Kaido und Big Mom teilnehmen hat auch er wieder eine Kopfgelderhöhung verdient. Und hierbei würde ich ungefähr schätzen kriegt er sozusagen 500 Millionen Berry. Das ist keine so extreme Erhöhung. Ich meine zwar hatte er auch als Samurai der Meere einfach ein bisschen internes Wissen. Seine Kampfkraft ist sichtlich stark. Also er konnte selbst gegen Big Mom einigermaßen mithalten. Aber Jinbei ist keine direkte Bedrohung gegenüber der Weltregierung. Er ist jetzt nicht so dass er sagt so die Weltregierung die müssen sie stürzen und na. Er hat sich halt die Strohbande angeschlossen aus Gründen. Aber wie soll ich das ausdrücken. Er ist nicht so die direkte Gefahr dass er halt wirklich dieses Ziel hat die Weltregierung kaputt zu machen. Und deswegen ist seine Erhöhung eigentlich relativ klein. Dann kommen wir zu einem weiteren Charakter der eigentlich momentan kein Kopfgeld mehr hat. Und zwar Donkeyshot de Flamingo. Denn Donkeyshot de Flamingo sitzt ja momentan im Impel Down. Das heißt ja eigentlich er wurde schon gefangen. Es gibt kein Kopfgeld mehr. Keine Ahnung wer das Geld bekommen hat für seinen Gefangenname. Vielleicht ja Fujitora oder sowas. Aber gehen wir mal irgendwie von dem Szenario aus er wäre nicht gefangen. Oder er würde irgendwie wieder freikommen. Wissen wir ja letzten Endes nicht. Dann denke ich mal würde sein Kopfgeld auf ca. 800 Millionen Berry springen. Donkeyshot de Flamingo ist ein Samurai. Auch da wieder das Thema mit diesem internen Wissen der Weltregierung blablabla. Aber Donkeyshot de Flamingo ist einfach ein etwas spezieller Charakter. Er ist bösartig. Er ist stark. Er hat eine erweckte Teufelskraft. Und vor allem ist er einfach auch brutalst intelligent. Er hat komplett Dressrosa einfach mal eingenommen. Und das hat die Weltregierung auch erst gar nicht gecheckt. Und sowas könnte ja wieder passieren. Und um eben diese Bedrohung zu stoppen setzen sie sein Kopfgeld relativ hoch an schon mal. Und vor allem halt auch diese Gewaltbereitschaft und alles macht Do Flamingo wirklich zu einer Gefahr für die Weltregierung. Und er selber sagte ja auch er kennt das Geheimnis von Mary Joa. Möglicherweise ist es 800 Millionen dafür sogar ein wenig weit nach unten gesetzt. Das könnte auch sehr schnell steigern. Je nachdem wie wichtig dieses Geheimnis von Mary Joa ist. Also dieser Schatz der dort versteckt sein soll. Dann kommen wir zu einem Charakter von dem wir eigentlich noch gar nicht so extrem viel wissen. Aber wir wissen dass er brutalst stark ist. Und zwar Weevil. Ich denke er hat direkt mal ein Kopfgeld von 1,5 Milliarden Barry. Wie ich dazu komme? Ich meine er ist weder intelligent noch wird er irgendwie die Geheimnisse von Mary Joa gelüftet haben. Oder sonst irgendwas. Aber bei ihm ist es wirklich die reine Stärke. Ich meine die Admiräle haben alle riesigen Ressourcen. Respekt vor ihm. Wie sie vorhin von ihm geredet haben. Sie haben ihn verglichen mit einem jungen Whitebeard. Der ein 5 Milliarden Barry Kopfgeld hat. Ein Whitebeard in seiner Prime Zeit wird verglichen mit einem Weevil. Möglicherweise ist es 1,5 Milliarden Barry dabei sogar viel zu wenig. Aber ich wollte es auch nicht zu hoch ansetzen. Denn ich sage mal die ganzen Samurais die sollten trotzdem immer noch unterhalb der Grenze der Yonkos sein. Die Yonkos sollten einfach nochmal eine Stufe weiter oben sein als die Samurai der Meere. Weevil hat ja einfach schon extrem viele der Piraten der Whitebeard Allianz besiegt. Und das ist einfach ein Beweis seiner Stärke und dementsprechend hoch wird nun mal einfach sein Kopfgeld sein. Deswegen habe ich gesagt okay er knackt easy die 1 Milliarden Grenze. Und diese 500 Millionen Barry die es on top gibt ist einfach nur wegen dem Hype des Charakters. Und auch nicht nur den Hype den wir Fans machen. Sondern eben wie gesagt diesen Hype den die Admiräle ihm geben. Dann kommen wir zu einem weiteren interessanten Charakter und zwar Boa Hancock. Sie hatte bisher ein ziemlich kleines Kopfgeld mit glaube ich 80 Millionen Barry gehabt. Und dieses dürfte jetzt mittlerweile mal steigen. Denn Boa Hancock ist eine wirkliche Gefahr für die Weltregierung. Was viele Leute einfach unterschätzen. Wie gesagt wie alle Samurai kennt sie einfach vielleicht ein paar Geheimnisse über die Weltregierung die nicht jeder Pirat weiß. Sie ist an sich auch nicht gerade dumm. Sie hat komplett Amazon Lily unter ihrer Kontrolle. Und da sind halt im Grunde alle dort sind mega starke Charaktere die Haki beherrschen. Selbst jede noch so kleine Amazone da unten beherrscht wahrscheinlich Haki, Rüstungshaki oder Observationshaki. Und alleine dass sie eben die Herrscherin dieser Insel ist mit diesen lauter starken Charakteren macht sie schon eine direkte Gefahr für die Weltregierung. Zudem ist sie einfach noch im Kalenband. Das heißt sie ist nicht so einfach zu erreichen. Und die Marine kann halt auch kaum mit irgendwelchen männlichen Marinemitgliedern gegen ihr vorgehen. Denn die meisten verlieben sich in Boa und werden dann halt einfach zu Stein. Das ist halt einfach ihr Ding. Deswegen denke ich kriegt sie einen relativ großen Sprung in den Kopfgeldern. Und zwar habe ich mir hier gedacht, möglicherweise macht Oda ja sich ein kleines Späßchen draus und macht 666 Mio. Berry, 666.666. Dann kommen wir zu einem weiteren Charakter der eigentlich auch keine Kopfgelderhöhung haben sollte und dürfte wie auch immer. Und zwar Bartholomäus Bär. Und hier ist es alles ein klein wenig verzwickt. Denn für die Außenwelt ist momentan Bartholomäus Bär ja auch kein Samurai der Mere mehr. Denn sie wissen ja eigentlich so gar nichts von diesem Pazifista Projekt, dass Bartholomäus jetzt nun mal ein Roboter ist. Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, dass es in irgendeiner Form öffentlich bekannt gemacht wurde. Falls ja, hat es sich eh erledigt, dann hat er einfach kein Kopfgeld mehr, sondern ist einfach ein Roboter der Marine. Fertig. Falls aber nicht, muss die Marine bzw. die Weltregierung ein wenig aufpassen. Denn sie können nicht von allen Samurai der Mere das Kopfgeld erhöhen und von Bartholomäus Bär dann nicht. Das würde ja in irgendeiner Form irgendwie auffallen. Warum kriegt der als einzigste keins, wenn er doch auch ein Pirat ist? Deswegen denke ich hierbei, wenn es sich um eine Erhöhung handelt bei Bartholomäus, dass es einfach nur ein bisschen aufgeglättet wird und er einfach glatt 300 Millionen Berry bekommt. Dann kommen wir zu unserer aller Lieblings Piraten und zwar Buggy der Clan. Hierbei habe ich mir einfach nur gedacht, okay, Buggy ist immer so ein bisschen, weil hier kommt einfach dieser Faktor von dieser Randomness da rein. Ich meine, ganz ehrlich, stärketechnisch hat er vielleicht 10 Millionen Berry verdient oder so, wenn überhaupt. Aber er hat so dieses gewisse Glück an sich, dass er irgendwie immer noch weiter nach oben kommt, obwohl er eigentlich gar nichts macht oder einfach nur fehlt. Und dieses Glück muss man auch in einer gewissen Weise mit reinziehen, weil das Problem an der Sache ist, Buggy ist ein Lappen. Aber die Weltregierung denkt, er wäre voll, boah, was ist denn das für ein Dude? Er war früher in der Roger Piratenbande, hat hier bei Marineford mitgemischt, hat das und das und das dort getan, hat jetzt hier sein Buggy Delivery Service und eh wie viele starke Piraten unter sich. Buggy's Hype ist weitaus größer als das, was er eigentlich sein sollte. Deswegen ist auch sein Kopfgeld weitaus höher gestiegen wahrscheinlich, als es Buggy eigentlich verdient hat. Und hier habe ich mir etwas kleines Lustiges überlegt. Was wäre, wenn wir irgendwie Buggy's Kopfgeld an Shanks angleichen? Und ich meine jetzt nicht hier im Thema Milliardenbereich. Nein, Buggy wird kein... Okay, irgendwann wird Buggy wahrscheinlich eine Milliarde Kopfgeld aus irgendeinem glücklichen Zufall haben. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass One Piece endet und Buggy letzten Endes der Piratenkönig sein wird, weil er aus Versehen über das One Piece stolpert, als der Ruffy hinterherjagt oder wie auch immer. Aber was ich damit meine, ich habe sein Kopfgeld mal auf 409.800.000 gesetzt. Shanks selber hat ja 4 Milliarden 98 Millionen. Und wenn wir das einfach mal durch 10 teilen, kommen wir eben auf diese 409.800.000. Das wäre einfach so ein kleiner lustiger Vergleich. Diese zwei Freunde. Der eine, der wirklich was drauf hat und ein Yonko ist und der kleine Lappen. Und der eine hat halt eben einen Milliardenbereich Kopfgeld und der andere hat im Grunde dasselbe Kopfgeld, also dieselben Zahlen, nur halt eben mit einer Null weniger. Fand ich irgendwie lustig. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu Mihawk, Falkenauge. Und das ist wirklich, boah, heftig, heftig, heftig. Ich meine, er war ein Samurai. Ich habe aber nicht so das Gefühl, dass er wirklich eine direkte Gefahr für die Weltregierung ist, dass er in irgendeiner Form die Weltregierung angreifen würde jemals. Ähm, er möchte einfach nur seinen Spaß haben, bisschen hier mit seinem Schwert rumfuchteln und das war's. Ähm, aber wir dürfen da natürlich nicht außer Acht lassen, dass er halt ein mega starker Charakter ist. Er ist der beste Schwertkämpfer der Welt. Und er ist on par mit einem der Yonkos, zumindest was den Schwertkampf angeht. Das heißt, eigentlich müsste sein Kopfgeld wirklich rein stärketechnisch extrem hoch angesetzt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die ganzen Kopfgelder trotzdem unter den Yonkos immer noch sein werden. Vor allem dahingehend auch bedingt, Mihawk selber ist ja nur eine einzelne Person. Er hat keine Bande wie viele andere unter sich. Und das muss man auch immer noch mit einkalkulieren. Deswegen denke ich, sein Kopfgeld wird bei ungefähr 1,8 Milliarden Barry liegen. Mit Tendenzen nach oben natürlich. Je nachdem, ob Oda es durchziehen würde und einem Mihawk zum Beispiel ein höheres Kopfgeld geben würde, als einem Blackbeard da ja eigentlich ein Yonko sein soll. Das ist jetzt halt die Frage, wie Oda das handeln will. Aber ich sehe so 1,8 Milliarden als eine recht gute Zahl. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben für Ruffy zum Beispiel. Und wir haben ja gesehen, was Mihawk mit Ruffy anstellt auf Marineford. Also naja gut. Auf jeden Fall, das waren jetzt meine Predictions für die Kopfgelder der Samurai der Meere. Aber was mich mal interessieren würde, was denkt ihr, welche Kopfgelder werden sie denn haben? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Mein Hals stirbt gleich. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abo-Button freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.